In meinen jungen Jahren von Wien nach München, 13 Jahre hier in München, ist schon etwas Besonderes. Und ich bin extrem dankbar für diese Zeit. Das weiß ich jetzt schon. Dass mir das hier sehr fehlen wird. Ich war in dem Stadion auch schon ein paar Junge. Und ich bin dem Verein auch wirklich sehr, sehr dankbar. Den Fans sehr dankbar. War aber auch kein einfacher Entscheid. Ich bin dankbar für mein Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden, den Klub hier, der FC Bayern München, Kabine, Staff, Physios. Und ich bin dankbar für mein Umfeld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.